Ground to Overhead with something. Wir stehen schulterbreit da, nehmen das Gewicht, achten dabei auf eine stabile Rückenposition, Rückenstrecker sind angespannt und jetzt mit einer explosiven Hüftstreckung beschleunigen wir das Gewicht über den Kopf, achten dabei darauf, dass die Arme gestreckt sind, das Gewicht in der Körperachse, die Endposition erreicht. Alternativ kann man auch einen Medizinball nehmen. Oder einen Rucksack, ladet einfach was rein, damit der etwas schwerer ist. Oder einen Stein, der ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt, irgendein schwerer Gegenstand wird sich in der Wohnung schon finden lassen.